Hallo und herzlich willkommen zurück zur Runde 2, Staffel 2, Rocket League Solo. Ja, wir wollten mal gucken, was dieser... ähm, hallo? Moment, ich bin gleich wieder da. Okay, da bin ich wieder. Das Stück schneide ich jetzt raus, wo ich die Batterien mal getauscht habe. Wir wollten mal schauen, was dieser Rocket Pass eigentlich ist. Gratis, Premium. Aha. Die kann ich wahrscheinlich freischalten, die Auto. Aha. Okay. Und wir starten auch gleich mal. Mal diesmal das... Ne, abbrechen, abbrechen. Wir machen heute mal Just for Fun 4 gegen 4. Und machen die 3 gegen 3 raus. Chaos pur. Jetzt muss man ein bisschen warten, bis da ein Gegner kommt. Äh, äh... Ich hab nächstes Rad. Und ich werd wieder reingeschmissen. Und dann... Bald ist die Runde... Ich hab noch ein paar replyissen. Ich hab noch appendet. Ich hab noch... Und ich hab noch ein paar Jaw keep complysigt haben. Ich hab noch da... Hoffen, momen... Bege auf dich. Und ich hab noch mal da, Ich hab noch davon Olen. Und ich hab noch gememos الحques. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, ich wurde reingeworfen, aber in diesem Spiel ist noch alles offen, wir können immer noch das 1 und 1 Ich habe ihn erstmal befreit, aber der ist immer noch gefährlich Wie gesagt, es ist immer noch dieselbe Aufnahmesession wie Dienstag Weil ich mache die Aufnahmesessions an einem Tag durch Und daher bin ich immer noch ein bisschen Ich muss üben Ich habe ja nicht vorher geübt Weil man will sich ja nicht selber betrügen Ihr kennt das ja Vielleicht finden wir aber welche, mit denen wir dann gemeinsam spielen können Der dann selber horstet Okay, okay so Warum fährst du mir rein? Ich habe doch gesagt, ich bin der Torwart. Warum fährst du rein? Ja, liebe Leute, in diesem Spiel werde ich aggro. Etwas. Ein, nev, nev! Naja. Ach, das Kicks doch nicht. Weil Jäger noch klar. Na, das hat sich auch geändert, das Overlay. Okay, unsere Männer wollen noch mitspielen. Mal sehen, ob das jetzt besser wird. Wir haben einen neuen Mitspieler. Ah, noch vorbei. Hallo, ich bin... Hallo, ich bin... ...wurterneben gefahren. Ja, das kann man wirklich sagen. Ich muss beim Zurückfahren immer ein bisschen aufpassen, liebe Leute. Vor allem, wenn ich außen stehe. Das war knapp. Irgendwie sieht die Flagge auch ein bisschen anders aus. Die leuchtet ein bisschen. Sonst war die doch immer weiß. Und rein die Mommel. Nein. Leute, was soll denn das? Ho, 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 ho. No, Boota, du... Wolltest mich wahrscheinlich ein bisschen ausspielen eben, hä? Ich will die Drohne abschießen. Das hat mich irgendwie schon immer ein bisschen gefixt. Das hat mich irgendwie schon immer ein bisschen gefixt. Nein. Warum könnte ich die nicht mehr verhindern? Ich fahr zu früh raus. Blauer hat es. Lugboota, ich bin im Tor. Hast du das noch nicht verstanden? Raus mit dir da. Du musst mir aber nicht reinfahren, Lugboota. Oh, jetzt hat es gerugelt kurz. Entschuldigung, liebe Leute. Ich habe mir einen neuen Arbeitsspeicher bestellt. Dann dürfte das eigentlich nicht mehr das Thema sein. Wie gesagt, drei Folgen gebe ich euch. Egal wie lang. Man kennt es ja schon durch ETS. Da gebe ich euch die Folgen auch. Egal wie lang. Ja, das 4x4, das ist schon interessant. Ich würde ja nicht sagen, dass wir dieses Mal gewinnen, aber wir geben unser Bestes schon mal, sag ich mal so. Wir haben vollen Boost. Wir können unseren Freunden helfen. Aber die machen das. Ich schlag mich doch gar nicht so schlecht, liebe Leute. Oder? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es schlecht findet. Aus, ihr Blaue. Das ist meine Ecke. Ich glaube, das war jetzt eine Vorlage für die Blauen. Die machen das schon gut. Nein. Ich war aber noch dran. Ich war noch dran. Ja, nicht mehr ganz. Mach dich weg. Mach dich vor. Jetzt zählt's. Es ist zwar schön, dass du da bist. Habe ich keine ge... Ähm, da habe ich kein Problem damit. Aber... Geh mit vor ins Feld. Ja, das haben wir gewonnen, liebe Leute. Und schon steigt unser Level. Die wollen noch Revanche. Die Fälsch-Stadium. Ja, ich würde sagen, ich gehe wieder ans Tor. Oh, es regnet. Ich würde sagen, ich gehe wieder ansonsten. Entschuldigung, ein Stück auf. Oh, fährst du mir auf die Nase helfen, wenn du willst. Warum? Ähä, ohne mich. Ohne mich, liebe Leute. Wenn ich mich nicht recht erinnere, ist es das dritte Spiel heute. Oder mehr, der dritte Runde. Ich habe gerade ein bisschen den Überblick gefordert, die Blöden. Ja, das ist die dritte Runde. Ja, das ist die dritte Runde. Hier macht der Torwart die Tore. Nein, 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 nein. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ohne mich, liebe Leute. Nein. Nein. Die treten nicht herum. Ohne mich. Macht nah rein, Jungs. Macht nah rein. Habt ihr gut gemacht. Ohne mich. Nicht schuldig. Nicht schuldig. Das ist ein interessantes Match. Macht nah rein, Jungs. Macht nah rein. Das war nicht bei uns, Jungs. Ich muss noch ein bisschen erziehen, meine Jungs. Dass ich im Tor... Ins Tor gehöre. Ich bin Tormann. Ob das heute Verlängerungen gibt, liebe Leute? Das erste Mal nach der Pause. Es scheint so. Es scheint so. Da einer hat den Dodge Challenger. Von meinen Jungs. Ich gehe wieder hinter, Jungs. Vorsicht. Einer muss hinten bleiben. Hihihi. Und da war ich auch schon hinten. Jawoll. Wir gewinnen wieder. Entschuldigung, wenn ich jetzt mal kurz schreiben müsste, aber ich freue mich. Ich freue mich, weil die Staffel wieder am Start ist und ich wieder spielen kann. Ich freue mich einfach, wenn wir gewinnen, weil wir gewinnen halt, ne? Na gut, es ist noch nicht so entschieden. Wir müssen noch einen Traum machen. Oder ich muss wenigstens gut verteidigen. Halt den Wilson, mach keinen Scheiß. Alter, mein Herz. Was macht ihr mit mir? Ich bin 31. Mein Herz geht nicht mehr so schnell. Die kämpfen gut. Ja, das geht an uns. Jawohl. Wieder gesiegt. Ja, liebe Leute. Das war Folge Nummer 2, Staffel 2. Wir machen auch gleich weiter. Bis zur nächsten Folge. Euer Saitila LP.